Hau ab! Hau aaaaaaab! Maaaaaaab! Ich werd deine Familie vergewaltigen! Ich werd deinen Namen googeln! Zu dir komm und dich dann beeilen! Hey Leute und damit willkommen zu einer neuen Folge Quick Survival Games. Mit dabei ist hier der Pascal. Yo Leute! Also ich gehs. Ahahahahaha! Fuuuuck! Vor allem wenn wir irgendwie Skywars spielen zusammen. Endet es auch so. Dass er immer irgendwie runterfällt auf eine merkwürdige Weise. Und dann rastet der meistens auch aus. Und ich hab wieder so fucking Kissen. Verpest dich von daher. Das ist meine Kissen. Okay ich bin weg. Nein! Hau ab! Du Pinkozoor! Der ist ein hässlicher Muttervergewaltig Boah, nice Boah, Mann Hey, ist das eigentlich normal? Und Leute, ich habe Eine Roomtour geplant Ich weiß aber nicht, wann ich die machen soll Denn immer wenn ich mir so mein Zimmer angucke Bin ich so am Verzweifeln Hey, du kannst nicht mal auf einen Spieler drauf gehen Ich würde mich freuen, wenn ihr Parfumatideen Unten in den Kommentaren reinschreiben würdet Ja, ich kann gleich nicht mehr Ich kann es nicht mehr Guckt euch das mal an Das ist die Gomme-Community, Alter Man geht sogar mit einer Faust drauf Das ist die Gomme-Community Man, der verliert seinen Schwerf Und jetzt gleich Aber langsam ist das immer ritzig Das ist die Gomme-Community, die wir jetzt haben